hey leute wassapp moon moon ja herzlich willkommen zu einem kleinen lava sonntag haben wir schon lange nicht mehr gemacht und ich dachte es wird mal wieder zeit es gibt so ein paar sachen die ich mit euch besprechen möchte allerdings nichts dringendes ich dachte es wird einfach mal wieder zeit dass wir uns hinsetzen und ein bisschen miteinander reden und so und ich würde erst gern ein bisschen über sachen reden die den kanal betreffen und dann später einfach wieder off topic also ein bisschen was privates oder so ja lasst uns einfach anfangen ich habe mich noch gar nicht richtig bei euch bedankt für 10.000 abonnenten wie ihr wisst also wenn ihr schon eine weile dabei seid war 10.000 abonnenten lange 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 zeit mein ziel auf youtube ich dachte nicht dass wir es jemals erreichen deshalb habe ich damals bei 50 abonnenten dieses versprechen mit dem schweine video gemacht welche sicherheits auch hochgeladen habe bei 10.000 abonnenten ich hätte echt nie gedacht dass wir da jeweils hinkommen weil 10.000 ist verdammt viel und ich habe mir das nie vorstellen können niemals nie ever und erst als es dann so die letzten jahre wirklich immer 7.000 8.000 habe ich gedacht vielleicht könnten das doch schaffen und dann vor 10.000 hat sich ewig hingezogen weil ich halt wirklich kein content mehr gebracht habe außer der level reihe jetzt auf youtube pvp ist weggefallen was immer so ein großer faktor war auf meinem kanal die bg videos die arena videos es hat einfach keinen spaß gemacht in legion das ist weggefallen um neue abonnenten zu generieren alles andere ist größtenteils weggefallen weil ich eben jetzt hauptsächlich auf twitch unterwegs bin aber als ich dann dieses video gemacht habe mit ww durchgespielt und auch dieses nvidia ww grafik pimpen video die haben so eingeschlagen da habe ich in einem in 28 tagen habe ich jetzt 440 abonnenten gemacht und wir haben quasi den sprung über die 10.000 endlich geschafft und dann auch relativ einfach geschafft und es freut mich freut mich wirklich also es war unmöglich dann war es in reichweite dann hat sich ein bisschen rausgezögert aber letztendlich haben wir es gepackt und ich bin so froh ich habe kein weiteres abonnenten ziel auf youtube 10.000 ist alles was ich jemals haben wollte und von jetzt an ist wirklich einfach ich gucke dass ich euch zufrieden stelle leute ich weiß youtube ist nicht mehr mein haupt business sondern eher twitch aber trotzdem gucke ich dass ich natürlich die qualität und den content jetzt liefer für die 10.000 die da sind ww durchgespielt geht weiter das nächste interview habe ich am dienstag vormittag das video wird dann also auch im laufe der woche kommen ich höre eure wünsche nach gästen bei ww durchgespielt ich habe schon kontakt aufgenommen zu vielen leuten wenn wenn wir sie nicht sehen in ww durchgespielt dann liegt es nicht daran dass ich nicht nachgefragt habe leute bitte denkt auch da dran es gibt auch immer leute die da nicht wollen oder keine zeit für haben oder sowas sich mit mir dahin zu setzen und so ein interview zu machen bitte behaltet es auch im hinterkopf aber ich habe schon bei diversen leuten angefragt und wie gesagt das nächste ist am dienstag vormittag und da bin ich ziemlich happy drüber und das möchte ich auch weiter machen natürlich müssen wir bedenken dass dieses ww durchgespielt nicht für immer weitergehen kann weil es gibt nicht unendlich gäste die ich da einladen kann und vor allem kommt ja battle for azeroth raus und dann wird es jetzt habe ich weil dann muss man ja erstmal wieder battle for azeroth durchspielen damit ich jemand einladen kann das heißt wir werden wenn der battle for azeroth prepatch kommt mit neuen achievement punkten neuen mounts und solche sachen dann werden wir ww durchgespielt wahrscheinlich erstmal auf eis legen müssen so lange bis die leute dann in bfa wieder aufgeholt haben damit ich wirklich behaupten kann die haben einen bereich durchgespielt oder so aber das müssen wir mal schauen vielleicht können wir ja in der zeit irgendwie das format umändern ich dachte mal lustigerweise an ww angespielt wo wir einfach neulinge interviewen wisst ihr aber ich weiß nicht ob das gut ankommen würde weil was ich weiß nicht was was sollte das sinn sein warum sollte man das angucken oder so ist auch egal das war nur mal gedanken von mir nur mal gedanken was ich hoffe allerdings ist dass mit battle for azeroth eben wieder mehr pvp auf den kanal kommt die changes sehen sehr gut aus was pvp betrifft vor allem auch was world pvp betrifft in battle for azeroth mit diesem mit diesem system dass man wenn man zehn leute gekillt hat erscheint man auf der map und es wird ein kopfgeld auf einen aufgesetzt und solche sachen das ist glaube ich ziemlich lustig da will ich ein bisschen was ausprobieren auf jeden fall und auch die ganzen changes mit den ehrentalenten und so dass es die prestigestufen gibt die immer weiter ansteigen wie zum beispiel die ränge in overwatch dass man quasi nie oben ankommt sondern sich immer neue belohnungen freischalten kann oder so das finde ich alles ziemlich ziemlich nice und ich hoffe dass die klassen auch wieder ein bisschen überarbeitet werden und im pvp in battle for azeroth wieder mehr spaß machen weil das ist das was in legion mich so runtergezogen hat irgendwie das ist weiß nicht die klassen im pvp haben mir einfach null spaß gemacht dazu kommt halt dass es kein gear händler gab sondern das gear random zugeschoben wurde wenn man dann mal gear gekriegt hat was 870 oder item level 900 was ihr überhaupt nichts bringt am schluss und was ihr generell überhaupt nichts bringt weil sowieso alles an die template angepasst wird und es war irgendwie komisch also legion pvp war völlig für den arsch ich hoffe wirklich dass es mir in battle for azeroth wieder mehr spaß macht und dass wir auch mehr davon wieder umsetzen können auf dem youtube kanal und natürlich auch auf twitch mit viewer begehen so ja genau das einfach so dazu also ich bin sehr 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 happy wie es läuft auf youtube groß dankeschön dafür dass ihr weiterhin dabei seid und treu seid und auch herzlich willkommen natürlich an alle neun die jetzt gekommen sind durch die ganzen ww durchgespielt videos und so ich begrüße euch recht herzlich hier ja soviel dazu twitch läuft auch super ich habe immer noch auf twitch mein endziel von 200 abonnenten und das auch halten dieses endziel werde ich nicht erhöhen also wenn ich mal meine 200 subs habe dann bin ich damit völlig zufrieden weil dann ist es also rein finanziell gesehen lohnt sich das als nebenjob zu machen und da will ich hinkommen und das ist dann die ganze zeit wert die ich da auch denke ich reinstecke also wirklich jetzt rein finanziell gesprochen und es geht es geht in die richtige richtung also wir sind momentan bei 160 abonnenten und wir droppen auch nicht mehr runter so hart weil immer wenn ich mal auf 150 160 war es immer dann wird auf 120 runde gedroppt und es hat ewig gedauert bis wir wieder diesen schwung haben momentan geht es echt kontinuierlich langsam aber es geht kontinuierlich bergauf was die zuschauer zahlen angeht im durchschnitt was die abos angeht und auch was den inhalt angeht also wir haben echt coole sachen erreicht im live stream dann mit helia mythisch gelegt und den auserwählten geholt und ich weiß nicht alles mögliche mounts farmen und alles was wir immer machen und was erfolgreich läuft und es macht echt viel spaß zu twitchen macht wirklich viel spaß also falls ihr immer noch einer der leute seid die hier auf youtube auf meinen kanal gestoßen seit aber nicht im live stream vorbeischaut macht es unbedingt link unten in der video beschreibung es macht so viel spaß wir haben so eine tolle twitch community die sich inzwischen erstreckt über ben über fussel über fuchsie fuchsie streamte jetzt auch fast regelmäßig mit seinem ihl zeug und auch ein bisschen game und so und mit micha und michi man und alle alle wissen so eine richtig kleine twitch familie und man sieht immer dieselben leute in jedem chat und das ist eigentlich echt cool also es ist eine richtig richtig schöne sache gar ich euch nur empfehlen da mal vorbeizuschauen genau was ich auch noch sagen muss ich habe die balance denke ich gefunden nicht die nicht die balance also nicht die luft balance sondern die balance ich habe am anfang ein bisschen zu hohen anspruch an mich selber gab was twitch angeht von der zeit her also ich streame ja trotz arbeit und youtube und allem real life mäßigen sechs von sieben tagen die woche ne und das ist viel aber das versuche ich beizuhalten wenn ich mal auch nur fünf tage die woche aber was dann die zeit angeht ich weiß nicht der ben hat mir da irgendwie diesen flow ins ohr gesetzt mit vier stunden ne und so vier stunden stream sollte man schon und bla und weiß nicht warum aber ich habe gemerkt ich brauche diesen anspruch an mich selber nicht haben weil ich bin kein fulltime streamer das ist nach wie vor ist das für mich ein hobby was ich nebenher machen neben meinem normalen beruf und ich bin nicht so davon abhängig dass ich da jetzt alles rein geben muss was ich habe meine ganze kraft und energie und zeit und alles das ist nicht so es reicht für mich auch wenn ich mal zweieinhalb oder drei stunden stream am abend einfach noch nach der arbeit wenn ich weiter noch die youtube videos machen und alles das ist denke ich eine schöne ausgewogene sache und ich muss mich da nicht übernehmen oder irgendwie es hat eine weile gedauert bis ich das gesehen habe ich habe mich immer mit ben verglichen weil er mir halt viel gezeigt hat auf twitch und weil mir so viel miteinander machen auf tisch und jetzt ja auch auf youtube mit der level reihe und so und ich habe mich da immer an ihm orientiert und mir ist aber so langsam wieder eingefallen dass ich das nicht muss weil meine situation einfach eine ganz andere ist weil ich kein fulltime streamer bin weil ich nicht so davon abhängig bin und seit ich das begriffen habe bin ich auch echt am chillen und die streams machen wieder viel mehr spaß und ja es ist einfach eine wunderbar runde sache momentan ich kann mich über nichts beklagen wirklich gar nichts genau also ich würde mich freuen wenn ihr mal reinschaut ansonsten das war jetzt der offizielle bereich quasi zum kanal und zum twitch und so neuigkeiten ansonsten privat top mir selber geht es top ich mache falls ihr es nicht wisst falls ihr eben einer dieser youtuber seid die noch nicht auf twitch vorbeigeschaut habe ich erzähle es auf twitch immer wieder von daher sorry wenn ich euch langweile liebe twitch zuschauer aber ich mache ja seit ende januar diese coole low carb diät ernährungsumstellung und seit mitte april fahre ich zweimal in der woche noch fahrrad also richtig schön mountainbiken berg hoch bis es nicht mehr geht und und dann bergrunde heizen und so ich wohne ja im schwarzwald bietet sich an und mir geht es so gut gesundheitlich ich bin fit ich habe über 16 kilo verloren wir gehen auf die 17 kilo zu es ist wahnsinn einfach richtig 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 geil wie es mir geht momentan und ich habe null probleme mit disziplin und es durchzuziehen gar nichts also ich werde von nichts in versuchen geführt wirklich von von bier pizza schokolade nix es macht mich es ist mir völlig egal ich habe so mein ziel und alles andere ist mir egal und ich weiß nicht woher dieser willensstärke und diese kraft auf einmal kommt dass ich das so durchziehen kann das hatte ich früher nie aber ich bin jetzt schon was ist ende januar ist das schon ein halbes jahr her naja vielleicht fünf monate oder so fünf monate ziehe ich das jetzt durch und habe keinerlei probleme und keine gelüste auf irgendwas das heißt nicht dass ich verzichte oder so ich will es einfach sogar gar nicht neulich habe ich mir mal wieder einen döner geholt das war der erste döner seit ende januar und er war lecker aber ich kann trotzdem mit diesem low carb ich kann so geile sachen essen ne ich kann so coole sachen essen vor allem halt auch viel fleisch und gemüse und ich liebe fleisch das ist uuuh fleischlawali also fleischküchle oder so ähm wie heißt es wie heißt es auf normaldeutsch mir fällt es nie ein wie es auf normaldeutsch heißt fleischküchle fleischlawali fleischpflanzer buletten wie heißen sie denn äh ich weiß nicht ist mir auch egal ihr wisst was ich meine und halt steaks und schaschlik spieße und gefüllte paprika und lachs und oh ja ganz viel lachs und solche Sachen es gibt so viele geile sachen einfach die man essen kann mhm ja und was fahrradfahren angeht das habe ich zuletzt so richtig intensiv 2013 gemacht äh das heißt da hatte ich jetzt wirklich fünf jahre pause und habe wieder angefangen eben mitte april und seither habe ich es kein einziges mal ausfallen lassen immer mittwochs und samstags wird fahrrad gefahren und ich fahre immer die gleichen strecken ich habe zwei strecken die ich abwechsel eine ist mittelschwer von der steigung aber dafür länger und eine ist brutal steil aber dafür kürzer und die wechsle ich immer ab und ich versuche immer mich selber zu überbieten ich habe dann eben auf dem handy habe ich diese run tastic app für mountain biking ähm die mit gps quasi erfasst wo ich rumfahre und die höhenmeter misst und alles mögliche misst und halt auch die zeit anzeigt und ich brauche für die strecke und ich versuche mich immer zu unterbieten und ich habe mich jetzt von anfang april wo ich völlig aus der übung war bei der mittleren strecke habe ich mich von einer stunde 18 mit jede menge pausen und anhalten am berg weil ich nicht mehr kann und so habe ich mich jetzt verbessert auf 53 minuten das müsst ihr euch mal überlegen und ich fahre den berg hoch entweder mit einer pause oder seit letzten mittwochen da bin ich so stolz auf ohne pause ohne einmal abzusteigen den kompletten berg hochgefahren den berg runter gefahren bei mir zu hause wieder den berg hochgefahren weil ich wohne ja auch auf dem berg alles ohne einmal abzusetzen auch in 53 minuten eben bestzeit und ich bin so happy dass ich wieder das hingekriegt habe was ich damals geschafft habe und jetzt wo ich wieder so fit bin also klar ich habe immer noch ein ranzen und mega übergewicht und alles aber für meine verhältnisse wie ich jetzt fit bin wie vor ich weiß nicht wie vor zehn jahren oder so als ich zum letzten mal so viel gewogen habe wie jetzt oder so so wenig in anführungszeichen das macht mich einfach mega happy dass ich darum fahren kann ich denke mal es wird sich auch auszahlen auf der gamescom ich fand die gamescom jedes jahr super anstrengend mit hatten immer die beine sauweh und ich musste mein riesen gewicht da rumschleppen und habe geschwitzt wie ein schwein und so und jetzt mit 16 hoffentlich bis dahin 20 kilo weniger das ist ein hohes ziel bis august aber vielleicht kriege ich sind wenn ich wirklich 20 kilo weniger hätte im vergleich zum vorjahr ich glaube dass die gamescom viel viel erträglicher wird und es rumlaufen wird einfacher und solche sachen ja es ist einfach geil es bringt so viel so viel vorteile mit sich und so viel spaß am fahrrad fahren wieder dass ich das wieder mache das freut mich richtig weil ich das hat mir immer schon spaß gemacht ich war sogar einmal wieder im schwimmbad habe mich ein bisschen bräunen lassen und ein kumpel hat mich überredet ein kilometer zu schwimmen das sind 20 bahnen hin und zurück und schwimmen war noch nie sehr anstrengend für mich deshalb weiß ich nicht wie viel mir das gebracht hat weil beim fahrradfahren da schwitze ich deutlich mehr muss muss pumpen bis ich den berg oben bin und so und beim schwimmen das war aber ich habe es gemacht und gucken wir mal vielleicht mache ich das auch öfter wenn es halt die zeit zulässt kann ich nicht sagen ja aber das ist alles was ich euch momentan erzählen kann ich muss noch einmal unterrichten ihr wisst ja ich bin ab und zu das ist quasi mein mein drittjob oder was auch immer ich bin ab und zu lehrer auf honorar basis und unterrichte heilpädagogen in bwl ist das jetzt spiegelverkehrt ja egal das ist bwl buch ist ein bisschen dick und da muss ich jetzt im juli muss ich noch einmal unterrichten ja das steht an aus sorry das war vielleicht ein bisschen laut das wollte ich nicht aber dann bin ich auch froh wenn das vorbei ist dann läuft mein honorar vertrag nämlich aus und dann habe ich das weg weil das hat mich auch so ein bisschen gestresst es macht zwar sehr viel spaß zu unterrichten wirklich sehr viel ich glaube dafür bin ich gemacht oder so aber ich habe keine zeit dafür neben youtube und twitch und im anderen beruf und noch alles andere was ansteht hier im hause und rasenmähen und mutti helfen und keine ahnung was alles also das ist echt ein bisschen zu viel aber das fällt dann auch weg ja nee alles top alles top momentan kann mich nicht beklagen und ein großteil daran liegt klar an meiner disziplin und dass ich das so durchziehe aber es liegt auch an euch guys dass wir endlich die 10k erreicht haben mein ziel auf youtube ist erreicht dass wir so schön immer auf twitch unterwegs sind jeden abend und es ist einfach alles top und dafür wollte ich mich bei euch bedanken vielen dank ok ich labert schon wieder 17 minuten lass uns das an der stelle beenden vielen dank fürs reinschauen ihr könnt gerne eure gedanken unten in die kommentare schreiben ich lese wie immer alles und würde sagen wir sehen uns wieder das nächste mal vielen dank fürs reinschauen ich bin der muni und ich bin raus ciao kein Vielen Dank.